Willkommen bei Technikbau und einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr die Streaming-Funktion eures Samsung-Fernsehers aktivieren könnt. Nach dem Intro legen wir wie immer gleich los. Ihr habt einen Samsung-Fernseher und wollt eure Inhalte vom PC oder Laptop kabellos auf den Fernseher streamen? Das ist kein Problem. Um diese Funktion zu aktivieren, müsst ihr als erstes zum PC oder zu euren Laptop. Ihr könnt es dann kabellos, Bilder, Videos, Musik und alles andere zu euren Samsung-Fernseher streamen. Aber wie gesagt, als erstes gehen wir zu unserem PC, denn dort müssen wir das Ganze mal aktivieren. Die Anleitung funktioniert mit Windows 10 genauso wie mit Windows 7. Voraussetzung, dass beide Geräte im selben Netzwerk sind. Sonst funktioniert das nicht. So, hier auf Start und hier schreibt ihr Medien. Dann kommt automatisch dieser Punkt hier Medien-Streaming-Optionen. Hier klicken wir drauf und jetzt muss hier euer Fernseher auftauchen. Hier ist mein Fernseher. Jetzt könnt ihr das Ganze entweder anpassen oder entfernen. Auf jeden Fall muss er hier zugelassen sein. Wenn ich hier drauf klicke, dann sehe ich hier auch meine Type, falls ihr euch nicht sicher seid. Und auch sogar die Mac-Adresse und die Seriennummer des Fernsehs. Also es wird hier alles aufgelistet. Ihr könnt es hier auch noch auf Anpassen klicken. Und ich lasse aber die Standardeinstellungen hier. Also ihr seht Musik, Bilder, TV und Video. Alles kann ich hier übertragen. Also wenn ihr ein Häckchen hier drinnen habt, dann könnt ihr schon damit starten. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Wollt ihr eine Datei wiedergeben, einfach mit draufklicken. Rechtsklick, wiedergeben. Auf Gerät. Hier scheint mein Fernseher auf. Hier klicke ich drauf. Und schon wird es zum Fernseher übertragen. Und das Ganze funktioniert natürlich mit Videos genauso. So, das zeige ich euch. Und jetzt wird es über das Netzwerk zu meinem Fernseher übertragen. Ihr seht also, wie einfach das Ganze funktioniert. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann wendet euch doch euch auf unsere Webseite. Wollt auch ihr euer Produkt vorstellen? Dann verwenden wir uns unser Kontaktformular. Technik Pause sagt, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.